Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Ja, der Monat April ist vorbei und es war kein sehr schöner Monat, was den Gesundheitszustand angegangen ist. Dafür steht neben mir ein wunderbarer Bücherstapel und es sind einige sehr, sehr tolle Bücher bei mir eingezogen, die ich schon gelesen habe oder die auch noch darauf warten, gelesen zu werden. Und das Ärgerliche ist ja tatsächlich, dass die Bücher, die jetzt hier stehen, zu einem großen Teil eben echte Bücher hat, Cover, bruschierte Ausgaben sind, die ich jetzt ja im Monat April gar nicht groß lesen konnte, weil ich konnte diese Bewegung mit einem Buchhalten eher nicht so über Minuten, Stunden lang tun. Und es tut mir richtig weh, dass so viele tolle Bücher jetzt hier noch liegen, die ungelesen sind. Bei 24 Büchern, okay, war aber fast klar, dass ich sie eh nicht alle lesen oder auch hören werde. Es sind nämlich auch ein paar Hörbücher eingezogen und ja, es sind tatsächlich wieder mehr, als ich gelesen habe. Gelesen habe ich, glaube ich, so um die 16 Bücher, also sind wieder acht mehr auf dem Sub gelandet. Aber das ist, ja, bei mir überhaupt, also es kommt mir da auf ein paar mehr Bücher oder weniger auch gar nicht an. Ich bin ja kein so subfanatischer Mensch, der das da so komplett ständig irgendwie trackt. Ich, ja, von daher, es sind 24 Bücher geworden. Es sind neun Bücher, es sind zehn E-Books und fünf Hörbücher, sowohl echte Hörbücher, die ich hier auf CD habe, als eben auch auf Audible geholt. Und ich denke, wir fangen jetzt einfach mal mit dem ersten Buch an. Ich werde euch die E-Books natürlich, die Cover dann auch einblenden. Und zwar bei Audible habe ich mir geholt die kleine Inselbuchhandlung von Janne Mommsen. Ein Hörbuch, das unglaublich schnell vergangen ist. Es ist eine wunderbare Geschichte, eben über eine Frau, die irgendwo, irgendwo auf eine Nordseeinsel strandet und, ja, sie ihr bisheriges Leben so ein bisschen überdenkt und dort eben auf dieser kleinen Insel dann erst einen Antiquariatsausverkauf macht und, ja, dann sich eben über die verschiedensten Dinge im Leben klar wird. Eine, ja, ein toller Sprecher, eine wirklich schöne Geschichte, die mich sehr begeistert hat, mitgerissen hat und, ja, die ich wirklich großartig fand. Dann habe ich Lust gehabt auf Jeffrey Archer, denn nach der Clifton-Saga fehlte mir der Schreibstil des Autoren so ein bisschen. Und da habe ich mir Cain und Able geholt, der erste Teil dieser Reihe. Und, ja, auch dieses Hörbuch konnte mich sehr, sehr begeistern. Es kam für mich nicht an die Clifton-Saga heran, weil der Zeitraum der Geschichte doch sehr, sehr lange war, zu dem, was auch ein anderer Sprecher, was ich aber nicht schlimm fand. Aber wir haben eben hier auf, ja, über 700 Seiten, sozusagen, auf fast 20 Stunden Hörzeit, haben wir wirklich das ganze Leben gefühlt von Cain und Able. Also, ne, das kann man sich in etwa vorstellen. Und das fand ich bei der Clifton-Saga ein bisschen schöner, weil man da eben verschiedene Perspektiven hatte und so einen Zeitraum von sechs bis acht Jahren pro Teil. Und, ja, die Charaktere sind so ein bisschen näher gekommen. Es ist eine Neuauflage. Die Reihe gibt es ursprünglich wohl schon aus den 1970er Jahren. Und jetzt, ja, gibt es sie eben neu aufgelegt, den zweiten Teil. Da kommen wir später zu. Und auch der dritte Teil wird jetzt noch im Mai einziehen. Also auch hier sehr schön kurz gefasst. Und, ja, das ist natürlich wirklich ein Hörgenuss. Dann ist von Jeffrey Archer Berg der Legenden bei mir eingezogen als E-Book. Wie ihr unschwer erkennen könnt. Ja, mir wurde das nach der Lektüre von der Berg empfohlen. Im Zusammenhang eben, dass mir das Schreibstil von Jeffrey Archer gefällt. Ein Buch, das ich wohl nicht im Sommer lesen werde, sondern mir das für Ende des Jahres aufheben werde. Weil es dann natürlich auch um den Mount Everest geht. Und da ja natürlich sich sehr viel, gerade um die Erstbesteigungen, gibt es ja sehr viele, ja, Mythen und Legenden. Und ich bin sehr gespannt, was Jeffrey Archer hier, ja, sich so hat einfallen lassen. Dann ist bei mir als E-Book eingezogen Der Glanz der Dunkelheit von Mary E. Pearson. Das ist der abschließende Teil der Chroniken der Verbliebenen, auf den ich mich sehr, sehr gefreut habe. Und ich war tatsächlich sogar ganz glücklich, dass er als E-Book bei mir eingezogen ist. Und nicht nur als Hardcover. Also noch gar nicht als Hardcover. Aber sonst hatte ich die Teile immer als Hardcover hier. Bin ich ganz froh, dass es das E-Book war, weil so konnte ich es im April dann auch schon lesen. Und es ist wirklich ein sehr toller Abschluss der Reihe. Und es wird dazu von mir noch ein Video geben zu der Chronik der Verbliebenen. Und ja, es ist der vierte Teil. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, ihn hier zu haben und ihn auch gelesen zu haben. Dann ging es weiter bei den Neuzugängen mit Matthew Quick und Schildkrötenwege. Oder wie ich beschloss, alles anders zu machen. Und ich bin ja von den verschiedensten Büchern von Matthew Quick wirklich ein sehr, sehr großer Fan gewesen. Ich habe die ja super gerne gelesen und bin auch hier sehr gespannt, wie mir das neue Buch gefällt. Ich weiß nicht, ob man jetzt die anderen Bücher hier mal drin sieht. Nein, natürlich nicht. Ja, Silver Linings war ja von ihm. Und dann haben wir, ja, Happy Birthday, Leonard Peacock, obwohl das anders hieß, als es tatsächlich rauskam. Und ja, ich bin sehr gespannt. Ich mag den Schreibstil von Matthew Quick wirklich sehr. Und ich bin sehr gespannt, ja, um was es hier so ein bisschen geht aus diesem Aussteiger-Roman und der Kaugummi-Killer und ja, von der Schwierigkeit, gegen den Strom zu schwimmen, die Geschichte von Nanette und Alex und dem Buch, das ihr Leben verändert. Ich freue mich drauf und bin sehr, sehr gespannt. Dann ist bei mir eingezogen über eine Rebuy-Bestellung, bei der ich Fackeln im Sturm gelesen habe, was jetzt nicht in, also gekauft habe, was jetzt nicht in meine Neuzugänge zählt, weil es natürlich schon gelesene Bücher sind. Und für mich zählen ja Neuzugänge wirklich nur, bis auf eine Ausnahme, die ich aber unbedingt zeigen möchte, zeige ich in meinem Neuzugängen-Video ja nur die, die auch tatsächlich auf dem Sub landen. Und ja, ich habe mir die drei Teile Fackeln im Sturm gekauft, die ich schon mal so vor 15 Jahren ungefähr gelesen habe. Und es sind bei mir auch zwei Teile der Jeffrey Archer-Reihe eingezogen über diese Rebuy-Unpacking. Und neu sozusagen ist Wahn eingezogen von Stephen King, ein absoluter Wälzer. Ein Buch, das ich mir ja auf jeden Fall für dieses Jahr noch vornehmen werde. Jetzt starten wir ja im Mai erst mal mit Sarah. Und dann kommt er im August auf sein neues Buch. Ich bin sehr gespannt. Wahn klingt wirklich toll, denn es heißt hier Das Meisterwerk des Unheimlichen. Hier gibt es einen schrecklichen Unfall und Edgar Fremantle ist auf einer einsamen Insel, sucht dort Trost in seiner Malerei. Aber die Insel übt eine dämonische Macht auf ihn aus, meine Güte. Und bald schon entwickeln Edgars Bilder ein unheimliches Eigenleben. Und man fragt sich jetzt bei diesem kurzen Klappentext, wie kann da so ein Wälzer draus werden? Deswegen bin ich mega, mega gespannt, was Stephen King dazu erzählen hat. Dann ist von der lieben Gabriela Engelmann das neue Buch eingezogen Strandkorb, Träume. Ja, da habe ich mich sehr, sehr gefreut, als das bei mir einsogt. Das ist der vierte und ich weiß gar nicht, ob es der abschließende Teil ist. Ja, der Büchernest Reihe. Ich weiß nicht, ob es da weitergehen wird. Ich mochte ja hier wirklich die ersten Bände unglaublich gut, die uns erzählt wurden von der lieben Gabriela. Ich weiß gar nicht, ich glaube, hat man sie nicht hier in der Klappbroschur, glaube ich, gesehen? Genau, Insel Zauber, Insel Sommer und Winter Sonnen Glanz und die kann man hier hinten sehr schön sehen. Habe ich auch alle hier, habe ich immer unglaublich gerne gelesen und freue mich hier und hoffe, dass mich Gabriela Engelmann, meine Inselfee, sozusagen wieder begeistern kann und freue mich da auch wirklich sehr, sehr drauf. Dann ist bei mir ein High Fantasy Roman aus dem Thor Verlag eingezogen von Todd Lockwood, der Sommerdrache und das ist der Auftakt einer Reihe von Die ewigen Gezeiten. Also das wird dann vermutlich so der Untertitel der Reihe sein und es geht hier ja Auftakt einer epischen Fantasy Trilogie. Es wird also definitiv weitergehen, ob es wirkt zumindest mal so, ich weiß gar nicht, ob man hier schon, nein, man hat hier wunderschöne Karten und ja, es wird hier geschwärmt ein fantastisches Worldbuilding und Figuren, mit denen man mitfiebert und ja, es geht hier um eine, ja, um Wälder, um Drachen, um ein junges Mädchen und ja, die eben vertraut ist mit den Drachen und ich bin sehr gespannt. Ich mag es in High Fantasy Romanen, wenn es da irgendwie um Drachen geht, gerade zu den klassischen High Fantasy Romanen oder auch, wenn man so ein bisschen was ins Mittelalter und ähnlich sieht oder so, ja, mystisches, da findet man ja immer mal wieder Drachen und auch so Legenden und ich freue mich auf dieses Buch und ich finde, der Sommerdrache, der passt jetzt auch in die kommende Jahreszeit, von daher hoffe ich, den dann auch bald lesen zu können. Dann war ich ja so ein bisschen im Hörbuch Fieber und hab gedacht, du brauchst hier jetzt mal irgendwas, was so ein bisschen an die Clifton-Saga rankommt und ich habe mir von Julian Fellows Belgravia geholt. Julian Fellows ist ja der Erfinder, sag ich jetzt mal, von Downton Abbey und das ist ja eine Serie, die ich im letzten Jahr absolut gesuchtet habe, die mir unglaublich gut gefallen hat und ich mochte dieses verschiedene Weltbild, sowohl von den Reichen, vom Adel, als dann eben auch von den Bediensteten, die waren diese Zeiten und das hat mir immer sehr, sehr viel Spaß gemacht, anzusehen und so war ich natürlich auch sehr gespannt, was jetzt im Belgravia steckt, wo es wohl so ein bisschen ähnlich um den Adel geht. Es soll nicht so gut sein, wie Downton Abbey, das habe ich jetzt schon von einigen gehört, aber das ist auch gar nicht mein Anspruch, ich möchte einfach gut unterhalten werden von dem Hörbuch und so ein bisschen dieses Feeling eben dieser Zeit der Anfang 1900er Jahre irgendwie spüren und so ein bisschen, ja, einfach wieder so ein bisschen Zeit reißen und darauf freue ich mich sehr. Dann kam eine Empfehlung von zwei ganz lieben Menschen und zwar ein Reif von Eisen, der erste Teil der Königskroniken von Stefan Roter und ja, zwei Leute parallel voneinander empfehlen mir dieses Buch und schwärmen davon und da blieb mir gar nichts anderes übrig, als es mir als Hörbuch zu holen und es ist wirklich eine wunderbare High-Fantasy-Geschichte gewesen. Sehr anspruchsvoll, sehr hochwertig, eine Wahnsinnswelt, tolle Charaktere, sehr tiefgründig, hat mir wirklich gut gefallen und wir sind hier eben so am Wandel der Zeit, es steht eben so ein Machtübergriff, ja, im Grunde bevor der hiesige Herrscher sozusagen, ja, merkt, dass seine Tage gezählt sind und überlegt eben, ja, an wem er jetzt das Zepter weitergibt und zeitgleich haben wir eben verschiedene Frauenfiguren, die wirklich ganz, ganz toll gestaltet sind, die wirklich toll ausgearbeitet sind, die stark sind und an den richtigen Stellen sozusagen auch schwach, was ich immer wichtig finde. Oh, jetzt zieht es hier sich ein bisschen zu, ich hoffe, das geht vom Licht so. Ja, und ja, ich hoffe einfach, dass mir dann der zweite Teil auch so gut gefallen wird wie der erste. Es war anfangs beim Hören ein bisschen gewöhnungsbedürftig und man musste da ein bisschen reinkommen. Man merkt, dass High Fantasy, dass das schon nochmal was anderes ist zum Hören als zum Beispiel eine Jeffrey Archer Clifton Saga. Nichtsdestotrotz, nach so einen, eineinhalb Hörstunden war man drin und dann war man auch sehr, sehr gefesselt. Dann ist eingezogen, Wenn alle Katzen von der Welt verschwenden von Genki Kawamura. Da habe ich mich, ja, mega gefreut, als das E-Book bei mir ankam. Denn das Buch hatte ich auch schon im Auge bei den Neuerscheinungen. War total gespannt, wie es ist, wenn wir hier einen Menschen haben, der, ja, im Grunde erfährt, dass er bald sterben wird und dann kommt der Teufel und schlägt ihm einen Pack vor, dass jeden Tag etwas von der Welt verschwindet, von Uhren über Telefone und allerlei anderen Dingen und er eben pro verschwundenes Ding, ja, im Grunde einen Tag Leben bekommt. Und es war wirklich eine ganz tolle Geschichte, die mich sehr berührt hat, die mich sehr zum Nachdenken angeregt hat und, ja, die wahrscheinlich auch einfach gerade so gepasst hat in dem Moment, wo ich sie gelesen habe, die mir wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Dann ist eingezogen von Matt Haig Wie man die Zeit anhält. Auch auf dieses Buch habe ich mich unglaublich gefreut, denn auch von Matt Haig haben mir die Bücher bisher fast alle sehr, sehr gut gefallen. Angefangen von Ich und die Menschen über Echo Boy. Wirklich Bücher, die ich absolut gefeiert habe, die diesen Blickwinkel auf die Menschheit so ganz wunderbar legt und man, ja, wirklich so den Spiegel vorgehalten bekommt. Und bei beiden Büchern, ich fand die einfach großartig geschrieben. Hier geht es ja um einen Professor, wenn ich mich nicht irre. Ja, der aussieht wie 40, aber bereits 400 Jahre alt ist und bisher gefällt ihm das eigentlich ganz gut, obwohl er natürlich keine Nähe zum Menschen aufbauen darf, aber dann trifft er eben Camille und die verändert sein Leben und ich bin sehr, sehr gespannt, was uns hier im Grunde über die Zeit erzählt wird und, ja, diese Themen scheinen gerade so ein bisschen modern zu sein, auch wenn man an die Schildkrötenwege denkt und, ja, ich bin einfach neugierig, wie mir dieses Buch dann auch gefallen wird. Dann ist bei mir eingezogen von der lieben Jackie Fellgut Verliebt in Miami, auch aktuell noch erhältlich, ich vermute mal zum Einführungspreis von 99 Cent, das E-Book und allein dieses Cover, Leute, das ist einfach der Wahnsinn. Ich bin absolut verliebt in diese Farben, in die, diese ganze Gestaltung, in dieses Pink und Gelb und einfach großartig, aber nicht nur das Cover überzeugt, sondern natürlich auch die Geschichte, sowohl die Geschichte natürlich selbst, die eine wunderbare Liebesgeschichte ist, die in Miami spielt mit tollen Charakteren, einer tollen Geschichte und auch einer tollen Message, was so ein bisschen den Tierumweltschutz angeht ohne zu öko zu sein, macht das Jackie wirklich großartig und wirklich eine ganz, ganz tolle Geschichte, die ich absolut nur empfehlen kann. Ja, auch bei MediMops habe ich bestellt, was tut man nicht alles, wenn man so ein bisschen krank ist und ich habe mir, ja, von der Umfrage unserer Leseclub-Bücher im Grunde die Bücher bestellt, welches eben nicht meine eigenen Bücher waren. Zum einen von Fabio Wollo, Zeit für mich und Zeit für dich und ich habe auch noch ein zweites Buch von Fabio Wollo, nämlich noch ein Tag und eine Nacht und mich haben diese beiden Geschichten unglaublich angesprochen. Schon wie wir sie zur Auswahl gestellt haben, hätte ich mir tatsächlich fast eins, also das von Fabio Wollo, gewünscht. Gar nicht mein eigenes, aber es klang ja viel besser und ich, ja, habe hier zugegriffen. Ich glaube, das eine um die 3,50, das andere um die 2,50 und sie klingen eigentlich wirklich richtig schön von der Story und sind auch nicht zu dick, sodass man die natürlich auch relativ schnell lesen kann, mal zwischendurch lesen kann. Und dann ist natürlich das Gewinnerbuch für den Leseclub bei mir eingezogen, die Holunderschwestern von Therese Simon und hier bin ich auch sehr gespannt, denn wir sind ja hier in München und ich glaube, ja, irgendwas 1918 und auch hier fühlt sich das natürlich ein bisschen an für uns Leser wie Zeitreise. Unser Leseclub-Buch startet, glaube ich, am 21. Mai. Guckt in die Infobox, da findet ihr auf jeden Fall auch diese Lesegruppe und, ja, sie ist auch schon eingeteilt und ich freue mich sehr auf dieses Büchlein und bin froh, dass ich es auch, ich glaube, zu einem relativ günstigen Preis, ja, um die 6,50 ergattert habe, was natürlich theoretisch schon ein bisschen teuer ist, wenn das Original wahrscheinlich 12 kostet, aber es war in einem sehr guten Zustand, wie ich finde und da hat sich das Schnäppchen auf jeden Fall, ja, gelohnt. So, jetzt musste ich mich mal hier ein Mühe bewegen und drehen, weil man merkt es nach wie vor einfach, aber heute soll es ja nicht um irgendwelche Krankheiten gehen, sondern um schöne Dinge und zwar um Bücher. Ja, es geht weiter mit Immerwelt, der erste Teil, ich glaube, auch einer dystopischen Trilogie von Gina Showalter, ich hoffe, man spricht sie so aus, ein Buch, das bereits im englischsprachigen Booktube sehr, sehr gehypt wurde, es natürlich auch schon kritische Stimmen gab, ich aber mega gespannt darauf war und ich muss sagen, ich habe, das war mein letztes Buch sozusagen, was ich beendet habe im April und ich bin immer noch sehr zwiegespalten über dieses Buch. Es hatte sehr interessante Gedanken und auch, ja, dieser dystopische Ansatz hat mir gut gefallen, aber mit den Charakteren und gerade der Protagonistin und deren Eltern konnte ich überhaupt nichts, gar nichts anfangen und es ist immer schwer, wenn man nicht so ein bisschen mitgehen kann, gefühlsmäßig, denkmäßig, man muss ja nicht unbedingt den Helden sympathisch finden, aber man muss so ein bisschen mitfühlen, den Weg verstehen, das Ziel verstehen und das ist mir ein bisschen fern geblieben. Also leider konnte es mich nicht komplett überzeugen, ich weiß auch tatsächlich nicht, ob ich weiter lesen werde. Ja, ich bin da immer noch so ein bisschen, ja, zwiegespalten, aber ich denke, man sollte einfach Reihen verfolgen, die man feiert und ja, die Highlights für einen sind und nicht so okay Reihen, weil die gibt es ja wie Sand am Meer und so schade ich es finde, ja, wird das wohl das Ende der Reihe für mich bedeuten. Und jetzt ein Buch, was ich vorhin gesagt habe, was so die große Ausnahme ist, da ja in meinen Neuzugängen tatsächlich nur gezählt wird, was auch Neuzugänge sind, das heißt zum Beispiel die Clifton-Saga, die drei Bücher, Bände oder vier Bände, die diesen Monat bei mir eingezogen sind, waren ja schon gehört, zählen nicht. Dieses Buch zählt auch nicht für den Sub, aber da es so schön ist, musste ich es jetzt einfach zeigen. Und zwar ist das die Spiegelstadt von Justin Cronin, der dritte Teil der Passage-Trilogie. Und ja, ich habe diese Reihe ja absolut geliebt, also Ende 2016. Wir haben da ja, glaube ich, so September, Oktober, November, alle drei Teile hintereinander weggesuchtet, gemeinsam gelesen und ich habe mich jetzt so gefreut, als der dritte Teil bei mir angekommen ist als echtes Taschenbuch, weil ich hatte das ja nur als E-Book und ich habe ja auch die anderen beiden Bücher als Taschenbuch. Ich muss aber sagen, was ich mega schade finde, ist, dass das tatsächlich größer ist, als die anderen Taschenbücher es sind, was ich irgendwie nicht verstehe, warum das jetzt eine andere Größe bekommt. Klar, bei so einem Wälzer macht ein Zentimeter schon irgendwie platztechnisch was aus und ich finde auch schade, dass hier hinten ist auf einmal alles blau und die anderen beiden Bücher sind ja so durchgängig schwarz-braun. Es sieht nicht wirklich so schön aus, wie ich es erhofft hatte, aber nichtsdestotrotz ist diese Highlight-Reihe nun vollständig in meinem Bücherregal und wartet theoretisch auf einen Re-Read und ihr werdet jetzt lachen, mir wäre tatsächlich wieder danach, aber vielleicht tatsächlich eher mal als Hörbuch. Das, glaube ich, kann einem auch ganz gut gefallen. Hier sieht man sie ja alle drei auf den Blick und ich bin auch gespannt, ob wir von Justin Cronin irgendwie irgendwann nochmal was Neues entdecken nach dieser geilen Passage-Trilogie und ich bin einfach Fan und liebe diese Reihe wirklich abgöttisch. Dann ist bei mir eingezogen der zweite Teil der Cain und Able-Reihe und zwar Ables Tochter, wieder Jeffrey Archer, diesmal eben als Rezensionsexemplar, als Buch, als Hörbuch in CD-Form, nicht über Audible, aber dank meiner neuen App kann ich ja jetzt im Grunde auch CDs hören, worauf ich mich mega freue. Auch der zweite Teil wurde im April gehört und hat mich leider ein bisschen enttäuscht, denn er beinhaltet, ich sage mal, locker bis zur Hälfte fast alles, was wir aus dem ersten Teil schon kennen, zwar so ein bisschen zum Teil aus einer anderen Perspektive, dennoch kennen wir den Weg, wissen, wann was passiert und ich hatte sogar den Eindruck, dass manche Passagen absolut gleich waren von der Wortwahl, vom Erzählstil, gerade wenn dann eben William Cain oder Able, ähm, boh, 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 ich habe es nicht mit dem Namen, Rosnowski, ähm, ja, im Grunde hier eine Rolle spielt. Die Geschichte hier handelt die eigentlich komplett von Florentina, der Tochter von Able und erzählt uns im Grunde ihre Geschichte und ich bin jetzt auch sehr gespannt, was uns der Dritte erzählen wird. Ja, das war wie gesagt ein bisschen enttäuschend, wäre, wäre es dennoch nicht so ein toller Erzählstil gewesen von Richard Barenberg, der diese Hörbücher spricht und würde einem nicht einfach der Stil von Jeffrey Archer gefallen, ich weiß gar nicht, ob ich es tatsächlich zu Ende gehört hätte oder ob ich vorgespult hätte bis zu dem Punkt, wo endlich was Neues passiert. Also, ja, aber ich habe es gehört, es ist leider eine gekürzte Fassung oder vielleicht zum Glück, je nachdem, es fehlen in etwa, wenn man es umrechnet, 100 Seiten, ähm, ja, was ich aber nicht dramatisch bin, aber ich glaube, ich habe auch nichts verpasst in diesen 100 Seiten und freue mich jetzt aber auf den dritten Teil, wenn der im Mai erscheinen wird. Dann sind ganz wundervolle und wunderbare Bücher bei mir eingezogen. Ich hatte es bei meinem Buch Neuerscheinungen schon erzählt, dass diese Worte scheinbar so ein bisschen einen neuen Trend einläuten. Dann sind sozusagen zwei Bücher bei mir eingezogen, die das, diese Wörter im Titel haben. Zum einen ist es von Rebecca Raisin, Meine wundervolle Antikladen im Schatten des Eiffelturms. Letztes Jahr gab es von der Autorin ein Buch über die Buchhandlung, glaube ich auch, an der Sane. Ich bilde mir ein, das hieß so. Und ich fand es ja ganz okay. Es hat mich jetzt nicht komplett vom Hocker gehauen. Ich war mit dem Charakter nicht ganz so zufrieden und glücklich. Bin aber jetzt sehr gespannt, was hier im Antikladen unter dem Eiffelturm so ein bisschen passiert. Und auch sehr gespannt bin ich auf mein wunderbarer Buchladen am Inselweg von Julie Peters. Wie der Name schon sagt, wir werden hier auf einer Insel sein. Wir werden hier einen Buchladen haben. Und ich bin mega gespannt, ob mich das so umhauen kann, wie zum Beispiel die kleine Inselbuchhandlung, die mir ja wirklich unglaublich gut gefallen hat. Und da freue ich mich jetzt auch wirklich so im Mai, Juni diese Hörbücher zu hören. Und es tut mir mit den Lichtern hier leid. Es zieht hier ständig Wolken auf, dann kommt wieder Sonne. Ich hoffe, dass das einigermaßen von den Lichtverhältnissen klappt. Aber ihr müsst ja nicht mich sehen, sondern nur die Bücher. Dann gab es eine sehr coole Aktion vom Bastein-Lüppe-Verlag. Ich hoffe, er ist es jetzt auch. Am Welttag des Buches, der am 24. 23., 24. War? Ich glaube, am 24. April. Und zwar konnte man sich da im Newsletter anmelden und konnte aus zwei Büchern wählen, die einem dann kostenlos als E-Book zur Verfügung gestellt wurden. Und das andere Buch war der Auftakt der neuen Reihe von Eva Völler, die ich ja bereits beide schon gelesen habe. Und ich habe mich dann für das andere Buch entschieden, was sogar auf meiner Wunschliste war. Und zwar Bücherstadt, die Bibliothek der flüsternden Schatten von Akram El-Bahai. Und man hat gleich von dem Buch noch gar nicht so viel gehört. Dennoch fand ich es irgendwie spannend und ich fand auch, dass es optisch richtig ja mysteriös und interessant aussieht und dachte mir jetzt einfach, wenn es ein kostenloses E-Book ist, greifst du zu und liest es dann hoffentlich auch. Das ist ja manchmal nicht so einfach, dass man das zeitnah liest, aber es klingt wirklich einfach für so Bücherfans, wie wir es sind, einfach wirklich sehr, sehr gelungen und sehr gut. Dann ist bei mir eingezogen, ja, überraschenderweise, ja, ist es bei mir eingezogen, Vertrauen und Verrat von Erin Beatty. Und ich habe lange überlegt, ob dieses Buch bei mir einziehen wird. Denn ich mag zwar den Klappendext, der durch diesen dystopischen Hauch und auch wieder ein Mädchen soll jemanden heiraten, den sie nicht liebt, um so ein bisschen ja die Welt im Grunde zu retten gefühlt. Und ja, das finde ich grundsätzlich immer spannend und ich mag halt auch starke Frauencharaktere in Büchern. Mich hat aber das Cover total abgeschreckt. Ich weiß, dass das viele toll finden. Ich habe mich da auch im Freundeskreis unterhalten und viele sind total begeistert von diesem Cover und mich schreckt es total ab. Und ich habe dann auch erst überlegt, eigentlich, es ist ja so ein Highlight-Kandidat von der Story und es hat ja auch wirklich sehr gute Bewertungen. Aber ich dachte mir, dieses Buch willst du nicht im Regal haben. Und so ist es dann jetzt eben in elektronischer Form bei mir eingezogen. Sollte es mich noch begeistern und faszinieren, dann sehe ich über das Cover hinweg, ich kann mir nicht helfen. Ich weiß nicht, was mich daran stört. Es sind ja schließlich nur zusammengebundene Hände und weiß eigentlich ja schon nicht schlecht, aber mich schreckt es irgendwie ab. Mir gefällt es überhaupt nicht. Und vielleicht sehe ich das anders, wenn ich die Geschichte vielleicht dazu kenne und denke, oh, ist perfekt und dann gefällt es mir. Aber mich hat das wirklich abgeschreckt. Also ja, deswegen als E-Book. Und als letztes ist bei mir eingezogen Die ferne Hoffnung, der erste Teil der Hansen-Saga von Ellen Carster eine neue Reihe, die ich denke, so bei dem Jeffrey Archer-Hype jetzt im Grunde so ein bisschen dafür sorgen soll, dass die Menschen, die die Clifton-Saga gesuchtet haben, neuen Stoff bekommen. Und dieses Büchlein möchte ich jetzt Anfang Mai zusammen mit der lieben Miriam lesen. Das haben wir uns schon vorgenommen und eingeteilt. Und ich freue mich da wirklich auch sehr darauf, das zu entdecken, dass die Geschichte spielt eben in Deutschland. Nicht umsonst geht es hier um die Hansen-Saga und ich bin sehr gespannt, ob das Gefühl, ja, die Erzählung einfach auch so schön sein kann, ob uns das mitreißt. Weil die liebe Miri war ja auch dran schuld, dass ich die Clifton-Saga gelesen habe und ich freue mich jetzt schon, dass wir diese Saga sozusagen den Auftakt davon gemeinsam lesen und bin total neugierig, ob uns das packen und begeistert. Und das waren sie nun auch schon, die 24 Neuzugänge aus dem Monat April. Es ist schon echt verrückt. Ich nehme mir mal für den Mai wieder vor, dass es einstellig bleibt. Ich glaube, es wird einfach mal Zeit. Ja, ich glaube, der Mai bringt zwar auch viele Neuzug, Neuerscheinungen, aber ich werde mal einen großen Bogen wieder um Rebuy machen und Medimops und ja, auch sonstigen Bücherseiten und ja, vielleicht auch den verschiedensten Buchhandlungen. Wobei, im Mai bin ich ja auf jeden Fall mit den Kingsianern in Frankfurt und ich denke mal, dass da vielleicht schon dann das ein oder andere Buch bei mir einziehen wird, lassen wir uns überraschen. Ich freue mich auf jeden Fall auf den Frühlingsmonat Mai und auf einen hoffentlich gesunden Monat mit vielen tollen Momenten und Erlebnissen und ja, freue mich auch auf all die Neuzugänge, die jetzt noch auf mich warten, die auf mich warten mussten, weil natürlich einfach nichts zu lesen ging, was ein echtes Buch angeht. Aber es hat mich ja nicht abgehalten, 16 Bücher in anderer Form, egal als E-Book oder Hörbuch zu lesen, zu hören und ja, so funktioniert es dann natürlich auch. Man muss sich nur zu helfen wissen. Welche Bücher sind denn so bei euch eingezogen im April? Kennt ihr eins meiner Neuzugänge? Habt ihr vielleicht auch schon irgendeines gelesen, was jetzt bei mir noch auf dem Sub liegt? Da wäre ich auf jeden Fall sehr gespannt, sehr neugierig über eure Gedanken. Bitte natürlich spoilerfrei einfach unten in die Kommentare, würde ich mich sehr freuen. Gruppen und alles andere findet ihr natürlich in der Infobox, guckt da gerne mal vorbei und ich danke euch nun fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut, tschüss, eure Steffi.